Natürlich ist da ein ganz entscheidender Faktor natürlich auch, was die Investition letztlich kostet. Aber wenn man sich nach vorne entwickeln will, dann muss man sich eben überlegen, nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial, welchen Mehrwert schafft jetzt letztlich meine Investition. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Alle, die unseren Podcast kennen, wissen, wir sind Fans von Industrie 4.0 und Digitalisierung. Und trotzdem gibt es immer wieder Fragen, die wir uns hier im Podcast noch nicht gestellt haben. Und genau so eine soll uns heute beschäftigen, nämlich die Frage, wie geht eigentlich nachhaltige Digitalisierung? Vielleicht auch ein bisschen passend dazu die Frage, wie nachhaltig ist Digitalisierung überhaupt? Also ihr seht schon, da gibt es so ein bisschen verschiedene Betrachtungswinkel, Blickwinkel, denen wir uns heute widmen werden. Ich freue mich da auch sehr, dass wir da zu dem ganzen Thema nachhaltig digitalisieren auch eine kleine Reihe zusammen mit dem Philipp anstoßen konnten. Also da werdet ihr noch zwei weitere Folgen dazu sehen. Also herzlich willkommen sozusagen zu Teil 1. Ja, mein Gast ist Philipp Damm. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Du bist CFO bei der JustTech AG. Genau. Das darfst du uns gleich noch mal ein bisschen näher erzählen, was das heißt, was du da genau machst. Wie gesagt, schön, dass du da bist. Und vielleicht noch mal ganz kurz an der Stelle für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Diese Folge gibt es wie immer auch als YouTube-Video auf unserem Kanal. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie das ganze Setup hier im Studio ist, dann schaut da gerne mal vorbei. Genau, Philipp, bevor wir loslegen, stell dich mal kurz ein bisschen vor. Was machst du und was ist auch die JustTech AG? Was ist euer Auftrag, eure Mission? Genau. Also ich bin Philipp, bin noch relativ jung, bin erst 25 Jahre alt, komme aus dem Bereich Industrie, Wirtschaftsingenieurwesen, studiert. Und wir hatten dann gerade über die Uni uns kennengelernt, also wir im Gründerteam und hatten uns eben dazu entschlossen, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade im Bereich der Industrie oft nicht im Bereich der Digitalisierung gedacht wird. Es gibt ganz, ganz viele Szenarien, die sich Unternehmen überlegen, wie man sich auch für die Zukunft optimieren kann, wie man sich aufstellen kann im sozialen Bereich, im ökonomischen Bereich, auch im ökologischen Bereich. Aber letztlich der Bereich Digitalisierung, der natürlich auch alle dieser drei Bereiche betrifft, der geht ein Stück weit unter. Und jetzt ist das Ganze ja eine Technologiefrage und Technologiefragen sind jetzt ziemlich schwierig in Branchen zu bekommen, weil letztlich sind alle Branchen davon betroffen. Nicht nur Unternehmensbranchen, natürlich auch im Privaten ist Digitalisierung ein ganz großes Thema. Und letztlich haben wir uns dann zusammengeschlossen und haben gesagt, naja, wir wollen dieses Thema angeben. Wir wollen dem Thema Transparenz geben. Transparenz aber nicht nur im Bereich der Digitalisierung, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Es ist ein Thema, das auch im Bildungsbereich noch nicht wirklich angekommen ist. Nicht in der Tiefe, in der man es erwarten würde, gerade aus der schulischen Bildung und auch im universitären Bereich. Und wir haben in erster Linie uns mal dieses Ziel gesetzt, das Thema Transparente zu gestalten, verständlicher zu gestalten und dann letztlich auch Möglichkeiten abzuleiten, wie man das Ganze dann auch wirklich praktisch nutzbar machen kann. Und zwar in einem nachhaltigen Kontext. Genau. Okay, ja, die Themen, die du teilweise gerade angesprochen hast, auch das Thema KI, wird uns auf jeden Fall auch im nächsten Teil dieser kleinen Reihe sozusagen nochmal beschäftigen. Ich glaube, das ist auch dann nochmal ein ganz anderer, ja, nochmal ein anderer Schwerpunkt, der auf jeden Fall spannend zu beleuchten wird. Ich habe ein bisschen auf eurer Website gestöbert, um auch noch ein bisschen was über euch zu erfahren und auch über dich zu erfahren und man kann ganz schön euer Team einsehen. Und da hat, glaube ich, auch jeder so ein bisschen so ein persönliches Mission-Statement, also oder so ein Statement einfach, was man so vertritt. Und ich fand deins ganz passend, weil du eben, wie gesagt, CFO bist, dich wahrscheinlich auch so ein bisschen um Finanzthema kümmerst. Du hast gesagt oder hast da formuliert, eine nachhaltige Alternative muss nicht billiger sein, sondern besser. Da habe ich mich beim Lesen so ein bisschen gefragt oder mir die Frage gestellt, ist das nicht leichter gesagt als getan? Ja, also letztlich muss man hier einfach zwei Sachen unterscheiden. Bei der Investitionsentscheidung beispielsweise überlegt man sich ja unter anderem natürlich, welche Lösungen muss ich denn jetzt eigentlich erreichen? Und da geht man auf die technische Seite, da hat man ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch Investitionsrechnungen durchzuführen. Im Wesentlichen schaut man aber einfach nur auf den Output. Also was kann ich am Ende denn nachher aus meiner Investition rausholen? Und natürlich ist da ein ganz entscheidender Faktor natürlich auch, was die Investition letztlich kostet. Aber wenn man sich nach vorne entwickeln will, dann hat man ja immer diesen Zwiespalt, möchte ich jetzt wirklich in das Risiko gehen? Möchte ich etwas mehr investieren und letztlich dann auch mehr davon profitieren? Und wenn man das Ganze jetzt auf den Nachhaltigkeitskontext noch bringt, dann muss man sich eben überlegen, nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial, welchen Mehrwert schafft jetzt letztlich meine Investition? Und das muss man im Einzelfall prüfen. Letztlich aber wird keiner eine Investition treffen, einfach nur weil sie günstiger ist. Also jede Investition muss besser sein. Und das kann jetzt eine Investition in auch sozialen Bereichen sein. Wenn man einen neuen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einstellen möchte, dann nimmt man nicht denjenigen oder diejenigen, die eben die günstigste ist, sondern man nimmt den Besten. Und das sind so Abwägungspunkte, die man auch im Privaten hat. Letztlich entscheidet man sich eigentlich immer für die bessere Variante oder das bessere Angebot und nicht unbedingt zwangsläufig das günstigste. Und warum ist das jetzt gerade so wichtig, wenn man jetzt über die Vergangenheit schaut? Wie hat sich denn das ganze Thema entwickelt? Dann sieht man oft, dass immer noch, auch vor allem in sehr großen Unternehmen, Entscheidungen letztlich basieren ausschließlich auf den Finanzkennzahlen. Und damit entscheidet man sich dann letztlich für die günstigste Lösung, aber nicht unbedingt zwangsläufig für die, und zwar im Nachhaltigkeitskontext, beste Lösung, sondern rein auf dem ökonomischen Standbein basierend. Man sagt ja auch ganz gerne, wer günstig kauft, kauft zweimal. Also vielleicht auch in der Hinsicht, also wenn man sich, wie du zum Beispiel, ich fand das Beispiel ganz schön mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, wenn man sagt, ich kaufe ja nicht den oder ich will ja nicht den günstigsten haben, sondern ich möchte ja auch den, der nachher am besten performt oder der eben den größten Mehrwert bringt. Also finde ich eine ganz, ganz gute Analogie. Ich glaube, viele, die würden sich jetzt aber denken, wenn ich digitalisiere, dann habe ich ja vielleicht im besten Fall danach weniger Papier oder so, würden vielleicht also sagen, ja, aber wenn ich Digitalisierung in meinem Unternehmen umsetze, dann ist das ja automatisch auch irgendwie nachhaltiger als vorher. Kann man das so sagen? Kann man das so pauschal runterbrechen? Nein, also im Gegenteil sogar. Ich bin fest davon überzeugt, dass es oft eben nicht die nachhaltigere Lösung ist, einfach auf Papier zu verzichten. Gerade wenn man beispielsweise in größeren Runden Workshops macht und es sind acht Notebooks gleichzeitig im Betrieb und am besten ist sogar noch Internet Explorer geöffnet, da wird im Hintergrund relativ viel Leistung verwendet, die wir gar nicht sehen. Und das ist das größte Problem an der Digitalisierung. Wir sehen es nicht und deswegen nehmen wir auch den Konsum eigentlich gar nicht bewusst wahr, was allein schon eine Suchanfrage im Internet letztlich bedeutet, was da im Hintergrund passiert, wo die Server stehen. Das ist uns allen gar nicht so transparent. Und da gibt es relativ viele schöne Vergleiche, die man sich da auch raussuchen kann. Oft wird das Ganze natürlich dann mit Flugstrecken verglichen. Aber letztlich, wenn man sich jetzt mal nur auf den CO2-Bedarf beschränkt, also nur auf die ökologische Komponente, dann hat man relativ schnell die Erkenntnis, dass das Arbeiten auf Papier schon bei ganz kurzer, nicht bei kurzer, aber bei langer Zeit relativ ökologisch wird. Beispielsweise beim Zeitunglesen. Da ist man sich je nach Endgerät, schwankt das natürlich ein Stück weit, aber man sagt so zwischen 20 und 25 Minuten Zeitunglesen ist ökologischer, wenn man es tatsächlich auf einem gedruckten Exemplar macht, inklusive natürlich der ganzen Logistik mit reingerechnet. Und dem Entstehen von dem Papier, das Bedrucken, das Recycling, das muss man natürlich alles mit betrachten in dieser gesamten Wildkette. Aber so 20, 25 Minuten ist es ökologischer, das Ganze nicht auf einem mobilen Gerät zu machen. Okay, also das heißt, wenn ich wirklich nur kurz reinschaue, dann lohnt sich das. Genau. Aber sobald ich halt länger lese. Und natürlich hat man auch noch dann den Effekt, also wenn jetzt sich eben in einer Cafeteria acht Personen eine Zeitung teilen, dann habe ich diesen ökologischen Aufwand einmal. Wenn diese acht, was sie auch könnten, mit dem privaten Smartphone entsprechend die Zeitung lesen, dann habe ich achtmal eben den Effekt auf der digitalen Seite. Und daran erkennt man, glaube ich, relativ schnell, dass Digitalisierung nicht grundsätzlich immer nachhaltiger ist als die klassische Welt, die wir von 2005 vielleicht noch so ein Stück weit kennen. Ja, okay, spannend. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so extrem ist. Also dass schon 25 Minuten Zeitung lesen auf Papier am Ende des Tages effizienter oder ökologischer sind. Und da kommt es natürlich ganz stark dann auch auf das Setup an. Und deshalb ist es auch ganz schwierig, das pauschal zu sagen. Und da geht es jetzt auch los, wo jeder sich selbst überprüfen kann. Gerade auch im Unternehmen. Man muss das eigene Setup kennen. Und zwar nicht nur, was bei einem in der Firma steht, sondern auch, wo verknüpfen sich die Geräte hin? Wo stehen die Server? Was passiert im Hintergrund? Weil das sind versteckte Leistungen, die wir so erstmal gar nicht direkt wahrnehmen. Gibt es denn für nachhaltige Digitalisierung so eine Art Standard? Also ich frage mich jetzt halt gerade, wenn ich jetzt, also wer kann jetzt sagen, ich bin jetzt nachhaltig digital unterwegs? Also wie definiert sich das? Also das ist ganz arg schwierig. Es gibt verschiedene Initiativen. Es gibt den Normungsausschuss zu dem Thema, da wird gerade ganz, ganz viel erarbeitet. Es gibt noch nicht diesen einen Standard, wo man sagen kann, das ist jetzt nachhaltig. Und das liegt einfach auch daran, Nachhaltigkeit ist einfach eine bewertungsabhängige Größe. Und die Frage ist nicht nur, was wird bewertet, sondern wie wird es bewertet? Und aktuell ist es schon schwierig zu bewerten, was wird denn eigentlich überhaupt bewertet? Weil letztlich ist die Frage, wofür bin ich verantwortlich? Bin ich dafür verantwortlich, was bei einem Serveranbieter passiert? Und da scheiden sich so ein bisschen die Geiste. Und da kommt es eben letztlich darauf an, dass man für sich selbst dann auch die Entscheidung trifft, für was fühle ich mich verantwortlich? Und dass man das dann entsprechend in die eigene Bilanz, in die eigene Nachhaltigkeitsbilanz entsprechend auch mit einbezieht. Okay, wie würdest du das jetzt, sag ich mal, wenn ihr jetzt ein Unternehmen beratet, das digitalisieren möchte, sagen wir vielleicht mal produzierender, mittelständischer Maschinenbauer, sowas in der Richtung, wie würdest du ihm sagen, was muss passieren, damit er wirklich nachher nachhaltig ist? Also welche Betrachtungsscopes oder wie man das nennt, würdest du damit einbeziehen oder ihr? Also grundsätzlich kann man das so pauschal auch gar nicht beantworten. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, ab morgen bin ich nachhaltig. Das ist einfach ein ganz langer Prozess, ein kontinuierlicher Prozess. Und letztlich geht es einfach nur darum, dass man eben von Tag zu Tag versucht, entsprechend nachhaltiger zu werden. Letztlich ist es eine Bilanz, die ausgeglichen sein muss. Es bedeutet ja nicht, dass man absolut null CO2 beispielsweise im ökologischen Bereich haben muss. Also darum geht es ja letztlich gar nicht. Interessant ist letztlich ja aber, wie man es quasi zum Beispiel mit dem Einsatz von digitalen Technologien schafft, entsprechend effizienter zu werden. Und das geht beispielsweise schon los mit E-Mails. Ein ganz einfaches Beispiel. Mein E-Mail-Postfach ist in der Lage zu erkennen, in welchen E-Mails sich To-Dos verstecken. Und ich werde dann auch nochmal daran erinnert. Also wenn ich eine E-Mail nicht gelesen habe und da versteckt sich ein To-Do, dann kriege ich morgens eine Übersicht mit den offenen E-Mails. Und damit habe ich letztlich den Papierprozess mit Briefeschreiben nicht nur digital, sondern ich habe noch eine digitale Funktion dazugenommen, die mir meine Arbeitsweise noch erleichtert. Und damit schafft man letztlich dann diese Effizienz. Weil einfach nur das E-Mail-Postfach zu verwenden, wie es die meisten machen, das ist zwar schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber damit habe ich letztlich den gleichen Prozess wie auf dem Papier einfach nur digital, ohne den digitalen Mehrwert eigentlich zu nutzen. Und da setzt letztlich dann auch später der ganze KI-Bereich an. Weil da geht es ja letztlich nur darum, mit vorhandenen Daten noch Zusammenhänge dann zu erkennen. Und damit ist es dann schon gar nicht mehr so ein komplexes Thema, wenn man es auf eine ganz einfache Ebene betrachtet. Man schreibt ja auch ganz gerne per E-Mail mal noch kurz ein Danke zurück oder sowas. Und das ist ja eigentlich auch, würde man mit einem Brief eher nicht machen, Porto bezahlen und auf Papier und überhaupt. Aber bei E-Mail macht man das gerne mal schnell. Ja. Achtet ihr zum Beispiel darauf, ob ihr einfach nur reinen Text verschickt oder habt ihr auch Formatierungen mit dabei? Habt ihr noch ein Unternehmenslogo als Grafik mit eingebunden? Das sind tatsächlich eigentlich sehr unnötige Datenmengen, wenn man in jeder E-Mail noch Bilddateien als Unternehmenslogo hin und her mitversendet. Das sind so einfache Themen. Und jetzt ist es natürlich wie immer, Kleinvieh macht halt auch Mist. Und gerade wenn man es dann auf nicht nur ein Unternehmen, sondern auf alle bezieht, was da an E-Mails tatsächlich verschickt wird. Und natürlich ist es sinnvoller, dann auch Cloud-Systeme zu nutzen und eine Datei zu teilen und mit 15 Personen in einer Datei zu arbeiten und sie nicht jedes Mal an den Verteilerkreis von 15 Personen zu schicken und am besten nach jeder Versionierung auch nochmal zurück. Dann habe ich eine sehr ähnliche Datei in einem anderen Revisionsstand, aber letztlich als zusätzliche Datei in meinem E-Mail-Eingang. Und das sind alles Datenmengen, die müssen synchronisiert werden, weil letztlich liegt die E-Mail ja auf einem Server in der Regel. Und wenn man die dann nochmal abrufen möchte, da entstehen Leistungen, die man eigentlich vermeiden könnte, wenn man die dann einfach direkt über eine Cloud zur Verfügung stellt und teilt. Und die Revisionierung hat man ja letztlich trotzdem. Also man kann ja immer noch nachschauen. Das sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die sich letztlich mit Unternehmen verteilen und deswegen ist es auch schwierig, so pauschal zu sagen, was muss man denn tun, um nachhaltig zu werden. Weil vielleicht verzichtet ja schon jemand auf das Unternehmenslogo in einem E-Mail-Anhang. Dann ist das eine Maßnahme, die man beispielsweise nicht mehr greifen muss. Aber man muss sich, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste erstmal im ersten Schritt, und das ist auch unser Ansatz, im ersten Schritt muss man sich mal Transparenz verschaffen. Und oft ist es so, im Consulting-Bereich auch, da versucht man für sich selbst, Transparenz zu schaffen, aber letztlich merkt man dann ganz schnell, dass eigentlich die Kunden, die sich verbessern möchten, selbst überhaupt gar keinen Überblick haben über das Thema. Also wenn man dort dann fragt, dann kommt man relativ schnell an Grenzen. Wir haben jetzt quasi schon so ein bisschen das Thema nachhaltig digitalisieren im Kontext von Effizienz, sage ich jetzt mal, betrachtet. Wir hatten auch schon das Thema so ein bisschen Nachhaltigkeit im Kontext der Umwelt, sage ich mal. Also dass man ja auch CO2-Ausstoß, was du gerade schon angesprochen hattest. Gibt es da, oder spielt da ein Teil auch das ganze Thema Langlebigkeit mit rein? Also, ich sage mal, digitale Prozesse sind im besten Fall vielleicht auch wiederholbar oder replizierbar oder so, was jetzt halt bei analogen Prozessen dann eher schwieriger ist? Also glaube ich tatsächlich nicht, weil eine Briefmarke auf einen Brief zu kleben, das ist ein Prozess, der wird sich wahrscheinlich nie verändern. Jetzt geht es natürlich auch digital. Ich kann mir meine Briefmarke als QR-Code ausdrucken, aber letztlich muss ich sie immer noch an die gleiche Stelle auf dem Brief drucken. Im Digitalen hat man dafür eben die Herausforderung, dass sich natürlich Software verändert. Und man muss immer mit daran denken, und da gibt es ja jetzt ganz große Anbieter, wenn man dort eine neue Version dann in einem Unternehmen ausrollen muss, das sind Projekte, die laufen über Jahre, damit man einen systemseitigen Wechsel dann durchführen kann. Und da sind analoge Prozesse vielleicht doch etwas einfacher zu handhaben. Sie haben aber halt nicht die Vorteile, die letztlich ein digitaler Prozess mit sich bringt. Also eben gerade das Teilen von Informationen dauert halt deutlich länger. Und in der schnelllebigen Zeit, die wir uns eben durch die Digitalisierung befinden, ist es ganz arg schwierig, analoge Prozesse aufrecht zu erhalten. Letztlich aber bringt natürlich auch die Digitalisierung Typen und Aufwand mit sich. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn dann mal was nicht mehr geht und keiner weiß wieso. Und dann muss einer den Fehler finden. Richtig. Das ist wahr. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ich habe mich bei der Vorbereitung, auch in unserem kurzen Vorgespräch, hatten wir das Thema so ein bisschen dieses nachhaltig digitalisieren, ist das Thema unserer heutigen Folge. Man kann das Ganze aber ja auch umdrehen und sagen, ich mache digitale Nachhaltigkeit. Es klingt schon irgendwie so ein bisschen anders, aber ist es überhaupt ein Unterschied oder ist es für dich eigentlich das Gleiche? Also letztlich sind es eben zwei Betrachtungsweisen, zwei Perspektiven. Man kann das vielleicht mit einer Analogie beschreiben. Entweder man versucht, ein effizientes Produkt zu entwickeln oder man schafft mit einem Produkt Effizienzen. Und das ist schon letztlich ein Unterschied, weil einmal hat man eben die Perspektive auf sich selbst gerichtet als Hersteller. Ich möchte natürlich versuchen, ein beispielsweise CO2-freies Produkt an meinen Kunden auszuliefern, damit mein Kunde eben in seiner CO2-Bilanz das nicht mit aufführen muss. Aber im gleichen Zug kann ich natürlich auch ein Produkt entwickeln, das vielleicht eine CO2-Bilanz hat, die nicht so gut ist, aber die dafür beim Kunden selbst zu einer Einsparung führt. Und in einer Hardware-Perspektive ist das, glaube ich, leicht verständlich. Im digitalen Bereich ist es exakt das Gleiche. Also letztlich kann ich einmal versuchen, eben meine digitale Infrastruktur effizienter zu gestalten. Effizienz ist aber im digitalen Bereich auch immer ziemlich schwierig zu betrachten, weil letztlich muss man beispielsweise, ja, man muss die Server und die Rechenkapazität vorhalten, auch wenn man sie im Moment gar nicht benötigt. Das ist ja auch mit eines der größten Probleme im digitalen Nachhaltigkeitskontext das Vorhalten von Rechenleistung. Und letztlich kann man das Ganze dann aber auch wieder auf den Kunden übertragen. Also nur wenn man eben selbst eine nachhaltige Lösung entwickelt, hast du es ja noch lange nicht, dass man mit dieser nachhaltigen Lösung auch wirklich einen nachhaltigen Effekt beim Kunden erzielen kann. Und das sind eben die zwei Blickweisen, auf die man schauen muss. Und dann muss man sich eben fragen, für was ist man verantwortlich? Ist man als Softwareentwickler dafür verantwortlich, dass die Software, die man entwickelt, an sich als nachhaltig abgestempelt werden kann? Das wäre dann digitale Nachhaltigkeit? Genau. Oder geht es eben darum, dass den Baustein, den man dann liefert, dass der dann in der Anwendung letztlich selbst nachhaltig funktioniert. Das wäre dann die nachhaltige Digitalisierung? Genau. Und das ist genau das, an dem man eben dann entsprechend, ja, das Ganze dann auch messen kann. Wie würdest du es jetzt beschreiben, wenn man als Unternehmen zum Beispiel schon digitale Prozesse implementiert hat? Also es läuft schon soweit alles irgendwie digital. Ich habe vielleicht irgendwie ein Produktionsplanungstool und so weiter. Habe mich jetzt aber während dieser Digitalisierungsprozesse nicht damit befasst oder als ich das gemacht habe, dass das auch alles nachhaltig ist. Kann ich das jetzt quasi im Nachgang noch irgendwie nachhaltig gestalten oder ist der Zug schon abgefahren? Muss ich das immer direkt von vorne her mitdenken? Also es schadet natürlich nicht, wenn man von vornherein sich dort schon Gedanken macht. Und da muss man jetzt auch ganz stark aufpassen. Viele gehen erstmal immer von dem ökologischen Aspekt aus, wenn man jetzt über das Thema Nachhaltigkeit spricht. Spannend ist aber, was passiert denn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort im Lager, wenn man jetzt einen Prozess digitalisiert? Ist es eine Arbeitserleichterung? Oder im schlimmsten Fall ist die Arbeit sogar so leicht, dass sie die Mitarbeiterin so langweilt, dass man dann entsprechend in so ein Bore-out-Syndrom mit reinrutscht. Also das Gegenteil von Burn-out gibt es ja tatsächlich auch. Und Mitarbeiterinnen müssen natürlich auch gefordert werden. Und da muss man ganz stark aufpassen, gerade im digitalen Bereich, dass man jetzt ja nicht einfach nur Arbeitsplätze versucht abzuschaffen, weil es eben letztlich den Anschein macht, dass es günstiger ist. Man hat natürlich auch immer die sozialen Aspekte an der Stelle mit zu betrachten. Es wäre schön, wenn Logistikprozesse schon voll digitalisiert wären. Es ist heute immer noch so, in ganz vielen Unternehmen, dass wenn entsprechend ein LKW kommt, dass das alles mit Papier abgewickelt wird. Dort sind natürlich dann Prozesse mit Ablage und das muss man archivieren und das muss transparent sein, dann auch trotzdem in den Systemen. Also letztlich möchte ja jemand wissen, der dann das ganze Teil durchs Unternehmen routet, ist es schon da? Tatsächlich aus meinen ersten Unternehmensstation hatten wir es so lösen müssen, weil wir es digital nicht geschafft hatten, dass wir dann von links nach rechts von Lager 1 und Lager 2 das Ganze mit einem externen Dienstleister fahren mussten. Einfach nur deswegen, damit wir einen QR-Code bekommen, bei dem wir dann online nachschauen können, ob das Teil von Lager 1 und Lager 2 gewechselt hat, weil wir nicht in der Lage waren, das prozessseitig abzubilden. Aber das sind dann gerade so Typen, die man da bei der Digitalisierung mit hat. Ist es jetzt möglich, das im Nachgang nachhaltiger zu gestalten? Ja, natürlich. Also es ist ja immer möglich, sich in den Prozess nochmal zu verändern. Interessant ist aber, wo ist denn ein Prozess, beziehungsweise wo liegt die Nachhaltigkeit im ökologischen Bereich? Und das ist eben gar nicht im Prozess selbst, sondern die liegt ja dann letztlich dort, wo eben die ganze Rechenleistung stattfindet. Und das kann man unabhängig vom Prozess sich betrachten und kann dort auch Maßnahmen ergreifen. Die Frage ist nur, und das passiert leider viel zu oft, gerade beispielsweise jetzt in der Berechnung, wenn man jetzt den Strom von Unternehmen betrachtet und viele gehen ins Homeoffice, natürlich sinkt der Stromverbrauch am Standort, aber letztlich hat man dann zwar eine bessere Nachhaltigkeitsbilanz auf der Unternehmensseite, aber dafür ist ja das Problem, die Energie der Energieverbraucher ist ja nur verlagert worden auf den Mitarbeitern. Letztlich muss jetzt jeder, der eben im Homeoffice sitzt, sich die Gedanken darüber machen, wie jetzt sich das Ganze auf die eigene Nachhaltigkeitsbilanz auswirkt. Also so kann man Probleme auch schön verschieben. Und das ist leider auch was, was man in der Realität oft antrifft, dass man eigentlich nur versucht, sich nach außen nachhaltig zu verkaufen. Bilanzen schönen sozusagen. Ja, es ist ja letztlich mathematisch betrachtet korrekt, aber man schiebt eben die Verantwortung weg, weil man sich dann eben im Scope 3, was das genau ist, da können wir bestimmt auch nachher nochmal drauf eingehen, aber man fühlt sich eben dann dort nicht mehr zuständig und schiebt das Ganze weg. Also gerade für den Scope 3 ist auch die Logistik immer oft dann ein Thema, weil letztlich muss ja der Logistikdienstleister auch in seiner eigenen Nachhaltigkeitsbilanz dann den CO2-Ausstoß aufnehmen von seinen Transportmitteln. Und letztlich kann man jetzt als Unternehmen eine positivere Nachhaltigkeitsbilanz aufweisen, obwohl man beispielsweise die Luftfracht verdoppelt hat, weil man letztlich sich für die Luftfracht nicht verantwortlich fühlt, weil das Unternehmen hat ja kein eigenes Flugzeug. Letztlich ist es ja dann das Problem von der Firma, die das Flugzeug betreibt. Die muss sich ja überlegen, wie sie das nachhaltiger gestalten kann. Und das taucht auch in CO2-Bilanzen in der Regel von Unternehmen nicht auf, auch in Nachhaltigkeitsberichten nicht. Der Scope 3 wird da oft einfach dann ausgeblendet beziehungsweise auch Teile des Scope 2. Weil man einfach sagt, man fühlt sich dort nicht verantwortlich. Es steht ja in einer Bilanz. Und es wäre ja auch ungeschickt, wenn es in zwei Bilanzen der gleiche CO2-Wert auftaucht. Weil ja letztlich der Logistikdienstleister schreibt es sich ja auch in die Bilanz. Wenn sich einer schon darum gekümmert hat, muss es der andere nicht auch noch machen. Und so ist es ein bisschen, ja, mit allen Kraftstoffen ist ein ganz spannender Exkurs vielleicht auch an der Stelle, wenn man sich mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt. Da geht es auch wieder um das Thema der Erzeugung. Wenn man jetzt dort in Studien schaut, wird in der Regel dann verglichen, wie wirkt sich ein Verbrennungsmotor auf einen Elektromotor. Im Vergleich aus, dann werden die Materialien, die Hardwarekosten gegenübergestellt. Das Ganze hat man im digitalen Bereich natürlich auch. Man kann die benutzte Hardware gegenüberstellen. Und dann wird immer spannenderweise, es wird oftmals mit Diesel gerechnet, wird quasi die Emission von Diesel verglichen mit der Emission von einem Elektrofahrzeug. Aber es wird dann der Strommix für das Elektrofahrzeug verwendet und beim Diesel eben die Emission, die beim Verbrennen entsteht. Was an der Stelle aber nicht gemacht wird, ist die Emission, die zur Herstellung des Kraftstoffs Diesel verwendet wird. Genauso wie die sozialen Aspekte. Es kommt halt eben auch nicht aus Deutschland, sondern es kommt aus Ländern, bei denen man sich jetzt eben gerade streiten kann, ob man das eine oder das andere Übel verwendet. Gerade eben auf der Menschenrechtsseite. Und solche Themen werden eben dann einfach gar nicht berücksichtigt, weil man sagt, irgendwo muss man letztlich die Grenze ziehen. Aber zur Herstellung von Diesel wird natürlich auch Strom verwendet. Und diese Strom, diese Strommix, diese Strombilanz wird halt einfach gar nicht mit eingerechnet, weil man sich da halt dann nicht zuständig fühlt, verantwortlich fühlt. Und das für sich selber dann auch zu definieren, was gehört für mich dazu, was nicht. Und das dann halt auch nach außen offen zu kommunizieren, ist vielleicht in der Stelle das Wichtige. Die Transparenz, und zwar über die gesamte Lieferkette und über den gesamten Bezug. Und das geht letztlich bei jedem Rohstoff, bei der Rohstoffgewinnung los. Und das ist jetzt genau die Komplexität, die man auch in der Digitalisierung hat. Wo kommt denn eigentlich die Hardware her? Wo kommen die Rohstoffe für die Hardware her? Welche Umweltschäden entstehen? Welche sozialen Konflikte werden unter Umständen damit auch geschürt? Weil eben gerade in vielen ärmeren Ländern schürt man durch das Ausbeuten von entsprechend wichtigen Rohstoffen für die Produktion von Elektronikartikeln, schürt man eben auch soziale Konflikte. Nicht immer unbedingt vielleicht, aber es gibt diese ... Aber ja, da fühlt man sich nicht zuständig, weil letztlich kauft man sich halt das Endgerät. Und was davor passiert, ist dann halt eigentlich egal. Okay. Ja, du hast jetzt gerade schon diese Scopes angesprochen. Du hast gesagt, es gibt drei und es gibt zwei. Es gibt wahrscheinlich auch einen Scope 1. Vielleicht ... Mich würde auch quasi interessieren, so wann kann ich mir auf die Fahne schreiben, dass ich jetzt nachhaltig bin in einem digitalen Kontext? Vielleicht können wir da jetzt quasi diese Scopes mal beleuchten als Unternehmen. Also was gehört da dazu? Also im Scope 1 betrachtet man in der Regel erstmal sich selbst, seine eigene Infrastruktur. Und da ist man zwangsläufig auch dafür verantwortlich. Also da über den Scope 1 muss man an der Stelle nicht diskutieren. In dem Scope 2 geht es jetzt letztlich darum, da betrachtet man nicht die ... Also gerade im digitalen Bereich betrachtet man jetzt nicht nur die eigene Hardware, sondern man geht auch weiter die Hardware, die man benutzt, die vielleicht aber auch gar nicht bei einem selbst steht. Das ist jetzt aber gerade im digitalen Bereich schwierig, das abzugrenzen vom Scope 3. Wir ziehen die Grenze, dass man eben sagt, die eigene verwendete Serverinfrastruktur zählen wir in den Scope 2. Und Scope 3 ist dann alles, was wir digital entwickeln. Und da ist es jetzt eben genau dieser Unterschied zwischen digitaler Nachhaltigkeit und nachhaltig digitalisieren. Scope 3 ist dann letztlich, wenn wir Software entwickeln, und wir entwickeln ja letztlich nicht nur Software, aber die Software, die wir entwickeln, welche Auswirkungen hat die denn jetzt auf die Unternehmensprozesse bei dem Kunden oder bei der Applikation, bei der man die letztlich dann auch verwendet? Wenn ich jetzt ein produzierendes Unternehmen wäre, wäre das dann auch, also meine Produktion quasi der Scope 3, oder zählt das dann für euch in Scope 1, weil das meine Infrastruktur ist, die ja innerhalb des Unternehmens stattfindet. Das ist ein guter Punkt. Also es kommt immer auf den Blickwinkel letztlich drauf an, weil der Scope 1 von mir ist natürlich von einem anderen, der Scope 3, weil letztlich produziere ich ja, also wenige Unternehmen produzieren letztlich mit der eigenen Hardware. Man kauft ja auch einiges entsprechend zu und dadurch wird natürlich der Scope 3 und das anderen zum Scope 1 von mir selbst und genau da scheiden sich eben auch dann die Geister, wer ist jetzt letztlich verantwortlich, der mit dem Scope 1 oder der eben den Scope 3 hat. Und da ist jetzt vielleicht auch nochmal ganz spannend auf das Anfangszitat zurückzugehen, günstiger oder besser. Und da muss man jetzt eben genau das betrachten. Kaufe ich die günstigere Komponente, dann habe ich unter Umständen, das ist natürlich auch nicht zwangsläufig gesagt, wenn die günstigste Komponente die beste ist, das ist natürlich der Idealfall. Ja, das wünscht man sich. Aber letztlich ist genau das dann der Punkt, im Betrieb selbst ist sowohl Scope 1 als auch Scope 3 dann sehr gut und wenn man sich für so ein Produkt entscheidet, dann fördert man ja letztlich auch die Entwicklung von nachhaltigen Produkten und damit schafft man es dann, einen Beitrag zu leisten für dieses gesamte Thema. Und ja, am Ende muss man eben schauen, was dann im unternehmenschrischen Erfolg dann passiert. Aber wenn man jetzt auf den DAX 50 ESG schaut, dann sieht man schon, dass eigentlich nachhaltige Unternehmen durchaus ein besseres Wachstumspotenzial oder durchaus bessere und stabilere Wachstum aufweisen können als die klassischen DAX 50 Unternehmen. Wie würdest du das begründen? Naja, also Nachhaltigkeit ist ja letztlich was langfristig Gedachtes und da kommt es ja auch ursprünglich her, also vor allem dann, wenn es über Generationen hinweg geht. Wenn man sich als eigene Generation die Gedanken machen muss, was in zwei, drei Generationen passiert und wenn man sich eben nachhaltig aufstellt, bedeutet das gleichzeitig, dass man sich auch langfristig positioniert und langfristig hat eben den Vorteil, dass man in gewisser Weise eben vor allem in der Zukunft sicherer ist. Das heißt, am meisten profitieren die, die in der Vergangenheit schon nachhaltig waren. Weil wenn man in der Vergangenheit nachhaltig war, dann hat man jetzt eine solide Grundlage. Wenn man jetzt nachhaltig ist, dann profitieren natürlich die Generationen in Zukunft zwei, drei Generationen weiter dann letztlich davon. Also es ist im Prinzip auch ein langfristiges Investment. Das heißt, ich kann mich vielleicht, also ich stelle mir jetzt halt gerade vor, es gibt vielleicht kleine und mittelständische Unternehmen, für die gerade jeder Cent wichtig ist, sage ich mal. Also um einfach vielleicht Produktion aufrecht zu erhalten oder eben am Ball bleiben zu können, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und die dann vielleicht auch sagen, ja, aber die günstigere Variante ist in dem Fall halt vom ROI her betrachtet und so weiter, da für uns gerade irgendwie die bessere Alternative. Aber du sagst eben, ja, okay, wenn sie langfristig denken wollen da draußen, dann. Genau. Also wenn ein Unternehmen in so wirtschaftlichen Problemen ist, dass man wirklich auch jeden Cent umdrehen muss, dann kann das einerseits auch nur der Zeit geschuldet sein, in der man sich befindet. Es gibt einfach, ja, für Produkte Lebenszyklen. Und wenn man eben Produkte hat, die im Lebenszyklus am Ende stehen, dann kommt man da natürlich schon auch in Schwierigkeiten. Oder auch wenn Rohstoffpreise sich plötzlich extrem entwickeln, stellt das natürlich auch ganz viele in den Lieferketten vor enorme Herausforderungen. Aber gerade da ist es natürlich schon auch die bessere Alternative, sich für das Günstigste zu entscheiden. Weil gerade da schütze ich ja auch dann entsprechend auch soziale Aspekte. Ich muss eben niemanden entlassen, wenn ich mich für die günstigste Variante entscheide. Und das ist das, wo man eben dann auch wirklich immer im Kontext das Ganze dann auch ein Stück weit differenzieren muss. Weil die beste Variante ist natürlich, wenn ich niemanden entlassen muss. Und damit ist die beste Variante, für die ich mich entscheide, vielleicht auch genau in dem Kontext dann auch die günstigste. Die ist vielleicht nicht langlebig und auch vielleicht nicht die ökologischste. Aber im sozialen Aspekt ist sie halt dann überwiegend. Da muss man immer auf die Bilanz schauen. Ich wollte gerade sagen, es ist auch vielleicht dann am Ende des Tages auch ein bisschen Definitionssache und vielleicht auch eine ethische Herangehensweise. Also was stelle ich über welchen Wert? Also stelle ich Ökologie vielleicht über den ökonomischen Wert oder über den sozialen Aspekt? Und genau da liegt jetzt die Komplexität in der standardisierten Bewertung. Weil es gibt halt nicht das eine richtig. Und schwarz und weiß kann man da auch nicht denken. Und genau da ist auch das Problem in der Standardisierung letztlich dann auch vergraben. Weil man muss sich eben mit dem Thema für sich selbst beschäftigen. Und man muss sich selbst überlegen, welchen Beitrag kann ich leisten? Welchen Beitrag möchte ich oder muss ich leisten? Und das ist ja auch nichts, was morgen gleich ist wie heute. Also es verändert sich die Umgebung. Man muss da auch einfach ein Stück weit agil rangehen. Aber vielleicht trotzdem mal eben für sich die Werte definieren, die nachher oben stehen müssen. Absolut. Okay. Das ist aber, finde ich, auch mal einen spannenden Ansatz. Also zu sagen, es gibt halt verschiedene Betrachtungsweisen, es gibt verschiedene Rahmen, die man sich setzen kann. Und am Ende muss man auch ein Stück weit vielleicht für sich selbst definieren, was ist uns wichtig und was nicht. Es sollte halt ausgewogen sein. Ja, natürlich. Also wenn man es für sich jetzt selbst definiert, dass nur das Ökonomische jetzt ganz besonders wichtig ist, dass man die besten Kennzahlen hat, dann leiden automatisch in der Regel die anderen auch ganz extrem drunter. Ich meinte jetzt nur, wenn ich das so kommunizieren würde, also wenn ich sage, für uns stehen die ökonomischen Aspekte ganz oben, und ich schreibe dann daraufhin noch meine Bilanz, dann kann jemand, der sie dann eben auswertet, auch für sich sagen, okay, ist schön, in ökonomischer Sicht ist das hier super geworden, aber die anderen Aspekte fallen halt hinten runter. Okay. Das finde ich sehr spannend. Würdest du also auch sagen, nachhaltige Digitalisierung ist die Zukunft? Oder ist das jetzt so eine Modeerscheinung, weil das gerade eben viel im Thema ist, so Umwelt und alles Mögliche drumherum? Oder ist das was, wo du sagst, nee, auf lange Sicht muss da eigentlich jeder hinkommen? Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur im Bereich der Digitalisierung ein Thema, das jetzt gerade eine sehr große Aufmerksamkeit genießt. Und ich bin mir relativ sicher, dass es sich hier nicht nur um einen Modetrend handelt, sondern dass es letztlich Zukunftssicherung ist. Und zwar nicht für unsere eigene Generation, weil wir werden das auch durchleben, wenn wir nicht nachhaltig sind, sondern für die nachfolgenden Generationen. Und ja, interessant ist jetzt, wie weit wir uns jetzt für die nächsten Generationen verantwortlich fühlen und was dann auch jeder Einzelne bereit ist zu machen. Oft scheitert es dann in dem Moment, in dem man verzichten muss. Ist vielleicht auch einfach menschlich geprägt oder auch kulturbedingt. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber in dem Moment, wo man selber dann plötzlich verzichten muss, da wird das Ganze dann schwierig. Wie ist es jetzt auf die Zukunft zu betrachten im Bereich der Digitalisierung? Ja, letztlich ist es stark davon abhängig, wie die Technologie sich entwickelt. Also wir wissen ja Stand heute noch gar nicht, in welche Richtung, auch in welche Effizienzen kann sich denn die Digitalisierung weiterentwickeln. Wenn man jetzt auf die letzten Jahre schaut, wie sich Rechenleistung entwickelt hat. Da geht noch was. Früher war das ja schon beeindruckend, wenn man dann mal Gigabyte zur Verfügung hatte. Heute hat eine kleine Festplatte immer schon Terabyte. Ich wollte gerade sagen, früher war die 1 Terabyte Festplatte so ein Oschi. Ja, genau. Heute hat man da wie einen Stick. Und in der Rechenleistung von Chips und Prozessionen, da geht es ja genauso weiter. Also auch dort entwickelt sich das ganze Thema. Warum ist es jetzt genau dort aber wichtig, im Bereich der Digitalisierung ein Augenmerk auf die Nachhaltigkeit zu legen, weil sie eben nicht transparent ist. Und das ist auch der erste Schritt, den man jetzt gehen muss. Und das ist auch der Schritt, den wir versuchen zu gehen. Wie kann man denn mittels Software beispielsweise überhaupt die digitale Infrastruktur eines Unternehmens ermitteln? Also man müsste ja jetzt theoretisch durch ein Unternehmen gehen und müsste jedes Notebook, jeden PC, jede Working Station, man müsste jedes Smartphone, man müsste wirklich alles mitzählen und müsste sich dann überlegen, wie werden die betrieben? Wie hoch sind die Auslastungen von der Rechenleistung? Und wie wurden sie hergestellt? Wie wurden sie hergestellt, natürlich. Und auch vielleicht, wie schonend ist es für die Augen von den Angestellten? Das ist ja auch in der Bildschirmarbeit immer ein Thema. Wie ist die Haltung am Arbeitsplatz? Also das ist vielleicht auch was... Immer schlechter, als man denkt. Immer. Genau. Aber das sind ja auch so Erscheinungen, die wir eben gerade jetzt durch die Digitalisierung sehen, die Bewegung nimmt ab, weil eben die körperlichen Tätigkeiten jetzt sich, also diese, wenn man jetzt wirklich mal 30 Jahre zurückgeht, gibt es eben deutlich mehr körperliche Tätigkeiten, als es das jetzt heute noch gibt. Und da leiden natürlich auch Gesundheitsaspekte ganz klar mit drunter. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man sich dem Thema annimmt und es nicht einfach sich entstehen und sich selbst entfalten lässt, sondern dass man eben versucht, ja auch das Ganze kritisch zu betrachten und natürlich sich dann auch selbst zu positionieren, was möchte man denn eigentlich damit erreichen? Was ist nachher das, worum es mir geht dabei? Zum Abschluss würde ich gerne von dir nochmal wie so eine Art kleine Zusammenfassung hören und auch so ein bisschen bezogen auf dein Zitat vom Anfang, also dieses Thema, eine nachhaltige Alternative muss nicht billiger sein, sondern besser. Wie stelle ich als Unternehmen sicher, dass meine nachhaltige Digitalisierung wirklich besser ist und nicht nur teurer? Ja. Also wir können da einfach nur empfehlen oder auch zusammenfassend sagen, man muss mal anfangen. und beginnen sollte man immer mit Transparenz schaffen und sich dem eigentlich mal bewusst werden und das Bewusstsein fehlt und das fehlt den allermeisten Unternehmen. Man sollte sich erstmal bewusst werden, wie nachhaltig ist eigentlich meine digitale Infrastruktur und zwar auf Hardware- und auf Softwareseite und was ist natürlich auch alles ausgelastet, ausgelagert. Da muss man sich Gedanken drüber machen und das ist der erste Schritt. Bevor man den nicht gemacht hat, braucht man auch über den zweiten Schritt nicht nachdenken. Natürlich kann man sich schicke Prozesse dann digital noch dazu kaufen und versuchen Effizienzen irgendwo zu bekommen, aber das sollte nicht gerade im Kontext der Digitalisierung der erste Schritt sein, sondern das sollte der zweite Schritt sein, weil man letztlich nur die Auswirkungen bewerten kann, wenn man überhaupt weiß, wie das ganze System zusammenhängt und was da eigentlich alles mit dran verbunden ist. Okay, super. Vielen Dank für dieses kleine Abschlussstatement nochmal. Ich glaube, da waren jetzt in der Betrachtung heute viele, viele Themen drin von den Scopes, die man sich selber quasi vornehmen kann über Werte-Themen. Alles also rund um das Thema nachhaltig digitalisieren. Ich hoffe, das war für euch da draußen spannend. Wenn es noch Fragen gibt zu dem Thema, dann gerne einfach kommentieren oder uns eine Nachricht schicken. Wir leiten das gerne an den Philipp weiter, dass er dann da fachmännisch darauf reagieren kann oder vielleicht können wir es auch selber beantworten. Dann machen wir das natürlich gerne. Wenn euch also die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder eine Bewertung da. Wir freuen uns über euer Feedback und vielen Dank nochmal an dich, Philipp, dass du heute da warst. War sehr spannend. Sehr gerne. Und freue mich auch schon auf die nächste Folge. Da geht es dann um das Thema nachhaltige KI, wenn wir die dann zusammen mit dem Philipp machen. Genau. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest El Mobile gerne live erleben? Dann melde dich unter elmobile.com slash Veranstaltung zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.